Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen! Es geht weiter mit einer weiteren Runde Geleitschutz hier im Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer-Modus. Wir suchen gerade ein Spiel, ich bin mittlerweile Level 50 und wir haben ein Spiel gefunden. Ich hoffe ja vielleicht mal, dass ich jetzt euch mal eine Rage-Runde zeigen kann, die wirklich mies läuft, damit ihr mal das Gegenteil sehen könnt. Ähm, vielleicht klappt es dieses Mal. Ich bin gespannt. Äh, vielleicht sollte ich sonst, wenn es nicht klappt, mal spätabends zocken, weil dann ist es ja eigentlich nicht mehr spielbar. Aber, wer weiß. So, die K1-44 habe ich mittlerweile, ähm... Moment. Moment. Die habe ich mittlerweile auf Prestige 2 und auch die Gold-Tarnung freigeschaltet, wie ihr seht. Sie hat mittlerweile einen Abschusszähler. Den bekommt man mit Prestige 2. Ja, das ist zum Failen verursacht, äh, verurteilt hier. Das Zielen klappt heute überhaupt nicht. Ficken, ey, ganz ehrlich. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine gute Fail-Runde. Ne, ähm... Wo ist überhaupt der Roboter schon... Ne! Ganz ehrlich? Kleines, mieses Arschloch. Das wird eine Fail-Runde. Das wird eine Fail-Runde. Und ich bin gut drauf. Ich bin gut drauf, wie ihr seht. Und ich bin tatsächlich gerade richtig, richtig schlecht. Wo versteckt ihr kleinen Pisser euch? Da kommt gleich der Roboter. Ne! Wieder von hinten, die kleine Drecksau. Okay, komm. Wir gehen hier lang. Ha, da war ein anderer schneller als ich. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Ich hab keine Granaten. Von wo kommt der Pisser? Da. Wir haben hier auch eine Scheiß-Position. Denn jetzt kommen sie gleich von allen Seiten. Ich glaube, das wird definitiv eine Runde mit null Kills. Okay, du gehst da schon hin. Ich geh jetzt zum Strohballen. Wer trifft mich da? Ich hasse Shotguns, ne? So. Okay, mit 0 zu 5. Das ist normalerweise ein Grund, hier ein Rage-Crit hinzulegen. Ich hasse es. Wie die Pest. Shotguns sind das allerletzte. Krieg dich, du Hackfresse! Ich kann diese Runde, glaube ich, nicht hochladen. Der ist ja schon wieder mit seiner dämlichen Shot, ne? Ich hab ihn da irgendwo gesehen. Da. Feind am Boden. Okay. So, die kommen dann nämlich auch gerne von da hinten. Feindlicher Roboter nähert sich dem Ziel. Wir haben den Kampf verloren. Neugruppieren und nochmal. Ja. Die erste Runde war richtig, richtig schlecht. Aber das wollte ich euch erzeigen. Ich wollte einfach euch auch mal eine grottige Runde vorstellen. Man kann halt auch nicht immer nur gut sein. Und das ist halt wirklich einfach super unterschiedlich. Ähm. Mal läuft es halt mega gut, rundenlang. Und dann hast du so einen Dreck wie hier. Ihr könnt auf der Waffe so ein bisschen... Ich hab hier so ein, äh, so eine Lackierung gewählt. Das ist herz. Das ist süß, ne? Okay, so. Jetzt müssen wir uns... Jetzt holt keiner den Roboter. Also... Okay. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich höre schon wieder diesen Typen mit der Shot, ne? Da krieg ich Aggressionen von. Wenn ich das alleine schon höre. Wenn er jetzt wieder von hinten kommt. Wo ist mein Team überhaupt? Immer von hinten. Ich hasse euch dafür. Ich hasse euch richtig dafür. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt hier einfach mal ein bisschen... Ein bisschen im Blick. Ich kann nämlich meine Augen nicht überall haben. Ich kann diese Runde nicht ertragen, Leute. Blöder Penner, das hast du davon. Da ist noch einer. Achtung. Feindliche Kontakdrohne ist aktiv. Feindliche Drohne gesichtet. Blöden. Oh. Guck dir das an. Das ist... Ja, kein Wunder, das... Bitte? Hilfsmaschine absolviert. Reichweite eingegeben. Hier stirbt, Mann! Hier zwölf. Ey, das ist zum Kotzen. Das ist eine richtig asoziale Runde hier. Okay, wir versuchen weiter, unseren Roboter irgendwie nach vorne zu bekommen. Hier scheint jetzt ausnahmsweise mal die Luft rein zu sein. Ja, wenn man so schon heißt. Newt Nuti. Wo bist du schon wieder? Wir haben unseren Roboter ausgeschaltet. Wir starten neu. Wir starten neu. Vielen Dank.